Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Most Wanted Aufträgen. Dieses Mal besuche benannte Orte mit kaltblütigen Tresoren. Ja, damit sind die drei Orte benannt, wo man diese besagten Tresoren findet. Das sind dieselben Orte, zack, da sehen wir was, wo wir auch die Bosse finden und von den Bossen halt die Schlüsselkarten für die Tresoren bekommen. Die Dinger müssen wir einfach nur besuchen, muss nicht in einer Runde sein, einfach mal dahin, dahin, dahin. Zack, und wir schließen das Ganze ab. Natürlich gibt es jetzt noch einen kleinen Clip für euch. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.